So, hallo, das dürfte jetzt ein neuer Part Wörtel sein, wenn ich richtig liege. Ich glaube, ab dem letzten habe ich alles wieder... Ah, jetzt denke ich dran, jetzt denke ich dran. Hartmut, rein da. So. Jetzt denke ich dran, den mache ich nie wieder raus. Ah, wobei, muss ich, wenn ich wieder Buchstaben raten, also wenn ich, ne, wenn es mal gar nicht weitergehen würde. Aber so schnell wird das hoffentlich nicht passieren. So. So, ähm, ich habe immer noch kein neues Startwort, deswegen werden wir Rund weiterverwenden. Und das war doch gar nicht so schlecht. Ähm, gut. Wir probieren es mal mit Drrrr. Was könnte da kommen? Ist Drake? Ich meine, Drake ist ein Name, aber wird Drake, also würde er das auch als Wort hier akzeptieren? Ich schätze mal nicht. Aber wir probieren es mal aus. Oh, er nimmt Drake. Ist Drake auch irgendwie, also steht Drake für mehr als nur für einen Namen? Jedenfalls haben wir das eh auch noch gefunden. Okay. Und A haben wir ausgeschlossen. Gut. Ja, dann gehen wir doch mal nach Dreh. Dress. Ich meine, Dress ist ein Name. Das ist jetzt zwar nur ein Buchstabe, den ich da mit reinnehme, aber hey. Achso, nee, stopp. Dr darf ja gar nicht vorne sein. Nee. Hat sich schon erledigt. Erd. Nein, Erd ist Schmarrn. Achso, und R darf ja auch gar nicht. Okay, R darf nicht vorne sein. Okay, dann. Der. Derby. Das Derby ist, äh, wäre denkbar. Huh? Äh. Nein, jetzt ist das D vorne. Das darf es auch nicht sein. Kein Derby. Ähm. Hm, 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 hm. Edr. Nee, das ist auch Schmarrn. Okay. Ja, dann müssten das D und das R woanders sein. D und R darf nicht. Wobei, D dürfte dort vorne. Also, D dürfte an der zweiten Stelle noch. Also, Ed könnten wir haben. Ed. Edr. Edr. Nee, wüsste ich nicht. Also, ich glaube, das R ist woanders. Ich glaube, das R ist nicht an der dritten Stelle. Zumindest nicht, wenn ich mit Ed anfangen würde. Wüsste nicht, wie es weitergehen könnte hier. Nee. Okay. Wir nehmen E mal vorne hin. Hm. Oh, warte mal. Was ist denn mit Tired? Das hat alles, was ich brauche, ne? T, I, R, E, D. Und D ist an einer Stelle. Nein, D darf nicht hinten sein. Schade. D darf nicht hinten sein. Hm. Okay. Ah, es war eine gute Idee, fand ich. Es war eine... Aber D darf nicht hinten sein. Hm. 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 Ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Ähm. D muss irgendwo in der Mitte sein. Zert. Zert. Wüsste ich nicht, wie das ist. Z. 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 Schwierig. Z. 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 LED. Le-E-D-D. Nö. Mö. Mö. Mer. Merth. Mer. Was könnte nach Merth? Kenn ich kein Wort. Also Merty dürfte's... Ich meine, Merdy könnte ein Wort sein, das es gibt. Aber ich kenne's. Ich würde's jetzt nicht kennen, wenn es dasgeben würde. Okay, das gibt's auch nicht. Was könnte es noch so geben an Wörtern? What? Ach, was hat man nicht mit W-H I'm sorry Das war ein bisschen dumm Sword Sword hätte das R drin Das ist kein E drin Und das D ist wieder an der falschen Stelle Ach, ist es doch Ich muss nur ein Wort finden mit dem es erstmal weiter geht Wir müssen ja nicht gleich das Finalwort finden Jetzt sind aber alles so Fantasiewörter, die ich nicht, also Nee, sowas ist es nicht Blöd Warte mal, CR Ah nee, das R darf nicht Mein Gott Ich hatte ja schon gute Ideen Aber die sind leider alle Schließen das aus, was ich schon habe GE Ger Ah, das hat man schon, ne? Mit Gerrit und so Nee, das ist Nee Was gibt es denn für ein Erd 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 Y Und was könnte davor sein? Perdi Lurdi Erd Gerdi Tördi Kenn ich alle Würde ich alles nicht kennen, wenn es die Wörter geben sollte Sollte es die Wörter geben, kenne ich es nicht Nee, das muss auch was anderes sein Wir überlegen mal, was auf Erd aufhört Erd Ach nee, Erd darf nicht aufhören Es darf nicht mit Erd aufhören Wie könnte es noch aufhören? Auf Dreh darf es auch nicht aufhören D und E darf nicht am Ende sein Das R könnte am Ende sein, wenn es mit DER aufhört Was könnte vor DER denn theoretisch stehen? ALDER Nee, das ist natürlich Schwachsinn Ilder Iter Iter Nee Imder Ibder Nee CIDER Gibt es CIDER? Oh warte, CYBER CYBER gibt es theoretisch Würde jetzt im Moment nichts ausschließen, was wir hier haben, richtig? Oh, ich habe das D raus Ach siehste, deswegen CYBER Gibt es CYBER? CYBER gibt es Okay, es ist DER am Schluss Es ist DER am Schluss Das bringt uns schon mal massiv weiter Weil jetzt habe ich nicht viele Optionen Spider Oh mein Gott, Spider Ach nee Das wäre ein Buchstabe zu viel Gibt es TIDER? Gibt es TIDER? Warte, so rum Ist das ein Wort? Nein WIDER Schade Okay, das I ist raus Das I ist raus Jetzt, wie, was kann ich noch vor DER setzen, was kein I ist? Es ist vor allem jetzt jeder Vokal raus, außer das E Also entweder da ist noch mal ein E vorne Aber was könnte das sein? ÄLDA? ÄLDA ÄLDA Mensch, wir starten mal wieder mit dem Kunde Da haben wir jetzt ja zwei Startwörter, die zwar sehr ähnlich sind, aber egal Und das K ist dabei Gut, dass wir nicht die Runde genommen haben Denn jetzt haben wir schon das K gefunden Okay Dann bauen wir jetzt irgendein Wort mit K und ohne UNDE MMM Acker Ne, Acker geht nicht Ist das eh drin ÄM Ne, das ist Das haut mich hin Block Der Block Ist alles da, was wir wollen Und, äh, ja Ne Okay C, K ist raus Äh, sie drin Also Ist fest Das ist doch schon mal gut Block Ist es nicht Also B, L, O Ist raus U und E ist auch raus Also muss ein A oder ein I vorkommen Äh Okay, was könnte vor IK zum Beispiel stehen? IK Blick Nee Trick 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 Der Trick Uh, okay Das R ist jetzt drin Das heißt auch die Runde hätte uns tatsächlich das R schon gebracht Okay, was kann noch zwischen Also Nee, Quatsch Wrack Das Wrack Das Wrack wäre denkbar Es ist ein Rack Es ist ein Rack Äh, welche Buchstabe kann noch folgen? Der Wrack Nicht das Wrack, sondern der Wrack Ha Ja, schön Das lief doch gut Prima Dann, äh, geht das Die Eier einfach hier nahtlos weiter Mit dem nächsten Tag So, hallo Schnelle Runde Wördel Also hoffentlich wirklich eine schnelle Runde Ich hab nämlich gar keine Zeit Äh, also wenn es jetzt so lange dauert Hab ich ein Problem Okay Okay, das R ist dabei Ähm Mhm Dann könnten wir Oh, sieht man das? Haben gerade die Nachricht Okay, sieht man nicht Dann könnten wir Wenn das R dabei ist Äh, ja Das würde, glaube ich Gehen Na Das wäre ein Wort Das Da ist ja Irgendein Hard Mode Müsste jetzt drin sein Da ist jetzt automatisch immer drin Ja, gut Dann kann ich jetzt wirklich immer Bedenken Lospielen Okay, R und E Haben wir schon mal Das ist doch schon mal gut Mhm 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 Gibt es? Gibt es nicht Jetzt noch ein E hinten Nee Äh Nee Wüsste ich nicht Bray Vra Vraid Vraid Gibt es Vraid Kenn es nicht Aber Es gibt das Wort sogar Oha Okay Ich wüsste gar nicht was das ist Aber Das Wort gibt es offenbar Im englischen Gut Mhm Ja Was könnte es noch zwischen R A und E Steht zwischen A und E Vor allem Ralt Könnte da stehen Äh Brallt Brallt Frallt Grallt Nee Es ralt Nee Es klingt komisch Rase Nee Klingt auch komisch Nee Weniger A A Y E So wie Ray Aber Nee Klingt auch irgendwie komisch Rake Äh Gibt es Freak Gibt es Freak Nein Gibt es nicht Gibt es Freak Das auch nicht Gibt Ach Frame Der Rahmen Natürlich Okay Das war ein interessanter Rahmen Gut Dann gleich ins Deutsche Das läuft doch schon ganz gut Was ich meine Äh Mein ist Schnellgehen angeht Dann machen wir gleich wieder die Runde rein Zack Das war eine super Runde Fantastisch Dann ein neues Wort mit fünf Buchstaben Ähm Ohne diese die ich schon da sind Hm Nee Das ist das E drin was ich gerade überlegt habe Äh Irgendwas ohne E Äh 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 Ähm Ähm Ampl hat auch ein E Äh Ach komm Irgendein Wort mit fünf Buchstaben Äh 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 Also eine E Woran ich gerade denke Mann Sarr Nee Ras Nee Ach komm Sicht Sicht hat Keines von diesen Buchstaben Da oben Und äh Kann ich nehmen Oha Und würde es Tee Jetzt Och Gott Och Gott Och Gott Was ist das denn hier Hätte schon so viel raus Es ist schon so viel raus Ähm 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 T A Also es muss ja irgendwo ein A Muss ja kommen Muss halt nicht vorne sein Kann doch so Keine Ahnung A T Oder P A P A Pat Nee Pal Nee Oh warte mal Falt Ah nee Falte Da wäre das E Da wäre das E Gibt es irgendwas ähnliches wie Falte Ohne das E Ohne das E Nee Ah O ist auch noch da O ist auch noch da To könnte zum Beispiel auch der Staat sein Es könnte noch vieles der Staat sein tatsächlich Auch wo auch war Ah 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 F F F Fol Polt 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 Lopp 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 Nee Ah 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 Oh Komm schon Wort mit fünf Buchstaben und einem T und nicht dem was wir schon haben was was wir schon raus haben Ah Ah Kalt, ah nee Kalt hat vier Buchstaben Hmm Komm schon G ist auch noch da Galt 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 Alles Quatsch Ah Irgendein Wort erst mal Wir müssen ja Wir können ja erst mal Wir müssen ja nicht gleich das finale Wort finden Irgendein Wort erstmal ach, das gibt es doch nicht ich schreibe mal ein paar Buchstaben hin und will mal schauen, ob ich sie also, dass es Goldhahn nicht gibt, ist mir klar aber ob ich sie sozusagen in eine andere Reihenfolge bekomme, wenn sie da stehen ob ich daraus ein anderes Wort basteln kann Goldhahn Altgo nee Destolga heißt irgendwie anders an, was ich gerade denke aber gibt es das Wort? Nein Warte, ist Volga nicht es Volga nicht irgendeine Art Fluss hier gibt es jedenfalls nicht Warte, Polka ah ja, ist jetzt T nicht drin T, T, T wie könnte das T zusammen passen? wo könnte das T hingehören? wir haben kein S mehr, also kann es kein S T sein Mh 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 das T das T ist in der Mitte das T ist in der Mitte ansonsten haben wir noch keinen einzigen Buchstaben, der dabei ist sick also muss aber ein A dabei sein, weil sonst haben wir gar kein Vokal das wäre komisch und dieses A müsste auch vor dem T kommen weil es gibt eigentlich keine Kombination an Buchstaben die es mir erlaubt da kein A hinzuschreiben ähm gibt es nicht ne ne das A muss vor dem T auf jeden Fall sein ich schreibe jetzt mal alt und dann gucken wir mal was für Buchstaben noch übrig sind keine brauchbaren mhm warte 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 kann auch nicht hin PAD ne denke ich auch nicht FAD bei dem was übrig ist wüsste ich nicht FATAL NEIN Wahnsinn ok gut das war FATAL aber das war jetzt nicht ganz so FATAL weil 10 Minuten für 2 Stück sind ok noch kein Danke fürs Zuschauen ich denke noch haben wir genug Platz für weitere Parts äh für weitere Tage also jetzt einfach nahtlos weiter so noch eine Runde was heißt noch eine Runde nächster Tag äh wir starten zwar mit dem Deutschen weil ich es gerade offen habe wir starten als Kunde und das äh bringt uns ein I mhm na gut das ist jetzt nicht so viel aber damit geht schon was äh ich würde jetzt gerne halt wieder was bauen was natürlich neue Buchstaben bringt und nicht zu oft das E verwendet ähm wenn ich zum Beispiel an sowas wie Leiter denke äh dann hat das E6 Buchstaben hat sich erledigt ähm ja aber ich meine da wäre das EI und das E ist ich will schon was was nur ein E hat damit ich die anderen Buchstaben rausnehmen kann äh 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 ne oh ich will nicht was wo zwei Buchstaben ich will ja viel Mensch einfach nur ein E ist doch nicht so schwierig ein Wort zu finden mit E oder? in 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 o nein eb nein eld nein äh ö ö ich könnte auch mal mit ö anfangen ne mhm mhm aber das ist so das ist so nervig wenn man nicht auf einfach irgendein ich meine das ist der Anfang ich habe nur ein E so und ich mir fällt spontan einfach kein fünfstelliges Wort ein mit einem E was nicht K.O.N.D. hat ich habe bestimmt schon okay wir nehmen wir nicht ich wollte Bande aber das ist ja das N und das D und das E drin ähm 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 Hosen nein Hosen ist das N drin siehst du ah das ist so Jacke Jacke ne da ist das E hinten ah das ist doch dumm ach das ist doch dumm dann ist das E hinten und das darf es nicht sein aber würde er trotzdem Jacke akzeptieren dann ist das E halt hinten ja akzeptiert er und da ist das J sogar vorne das war doch sinnvoll ok gut also J ist vorne das ist doch schon mal sehr schön je je es darf kein N sein also ist sowas wie jenes raus jedes geht auch nicht weil die ist auch weg ich glaube nicht dass es dann mit je anfängt würde ich nicht vermuten mhm aber nach einem J muss ein Vokal kommen und wir haben nur noch I, O, O, okay wir haben noch fast alle Vokale aber J, was soll denn J sein oder J, O, J, O, J, O, J, O, ich wüsste nicht was da, ne also das J ist aber schon mal fest und aber nach J kann nur ein Vokal kommen das ist ja jetzt schon wieder interessant das ist ja jetzt schon wieder interessant was soll denn da für ein Vokal kommen jetzt das ist es das ist einfach das Wort ok ich bin immer wieder fasziniert ich bin immer wieder fasziniert wie dann einem das Wort so in den Kopf plötzlich schießt gut so jetzt nehmen wir hier mal ein neues Wort nehmen wir mal bound anstatt round ok O, U ist schon dabei aber nicht dort wo es ist mhm, 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 mhm or or ne, or orlu, ne, 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 ne ähm mhm, mhm mhm boah also da O, U, U, beides dabei ist würde ich jetzt vermuten U ist an der zweiten Stelle aus irgendeinem, also aus irgendeiner Situation heraus was hat man denn, Ruh 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 ah ne, es ist jetzt kein O es ist jetzt kein O, schade gibt es Ruh natürlich nicht ähm wie kriegt dann das O, also das O, mhm, mhm, mhm warte, One ah ne, N ist nicht drin rum rupp ne, es sieht irgendwie komisch aus what, ne aber wir machen mal T U was ist mit T U Turbo, ne, B ist raus, B ist raus B ist raus T U Tu Nehmen wir überhaupt auf? Ja Tu Nee, Tu klingt auch, weiß ich nicht Wu Nee, Wu weiß ich auch nicht Mu Aber ich hätte schon coole Wörter, aber die haben alle keine Oh Musik zum Beispiel, weil mir gerade eingefallen Wo kommt das Oh zum Vorschein? Ich meine, es kann auch am Anfang sein, so, ne, klar geht das Kann auch am Anfang sein, so, oh, 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 du Ah, nee, da darf es ja gar nicht sein Oder so darf es eigentlich auch nicht, kann es so anfangen, ein Wort wäre komisch Aber klar, das Oh könnte am Anfang sein Mh 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 Nee, keine Ahnung Pfff Äh Ähm Ähm H Meins kann man mit U anfangen Es ist eigentlich noch alles offen Es ist eigentlich noch alles offen Jetzt muss ich das O irgendwo einbauen Es gibt es noch nicht, ich brauche doch nur Oh mein Gott, ey Wo kriege ich das O jetzt rein? Ey, ich brauche nur ein Scheiß Wort Ich meine, wenn das O hier wäre, müsste halt das U dahinter Ich meine, es könnte auch mit O irgendein Buchstabe U aufhören So, klar wäre das möglich Grundsätzlich Grundsätzlich ist es denkbar Ich kriege lauter Wörter in den Kopf, die Ich habe jetzt sowas wie Labor im Kopf gehabt und wie Power So, aber ihr merkt ja selber, dass es nicht hinhauen kann Waff, nee, das ist Ach man, da ist U direkt genau dort, wo ich es jetzt habe Scheiße Pff Ey, es kann auch nicht sein, dass ich so Warte, true, true Aber ja Keine Ahnung, gibt es sowas hier True, 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 true gibt es nicht, okay True, was heißt ein True Heißt Truppe nicht True 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 Das Wort gibt es Ja, stabil und damit ist das R auch mit drin, okay So, jetzt ist aber O und U auch nicht da hinten. Zumindest nicht so. Hmm, das macht es nicht einfacher. Das macht es nicht einfacher. Boah. Ich sage es mal, das R ist vorne. Oder das R ist so, so O-R. Wahrscheinlich heißt es Orkus. Jetzt kannst du noch geben Orku, Orkum, aber das klingt alles ganz merkwürdig. Nicht, dass es solche Wörter geben sollte. Klingt nicht, als sollte es dieses Wort geben. Hm. Puuuuh. Ur. Ach nee. Wenn dann Ruh. Wenn dann Ruh. Rumor. Rumor. Hier heißt, okay, okay. Oh mein Gott, Humor. Humor. Oh mein Gott, Alter. Okay. Keine, kein Gerücht, sondern ein, ja, der Humor eben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, das waren glaube ich wieder 10 Minuten. Ja, das, jetzt können wir so langsam wieder Parts zusammenstecken. Okay. Okay, dann sage ich an der Stelle mal, danke fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr habt noch weiterhin im Moment Spaß an dieser Art von Video. Sagt gerne, wenn es euch nervt, dann brauche ich es ja nicht mehr aufnehmen. Tschüss. Ach komm, einen Tag, einen Tag nehmen wir noch rein in die Videos. Ich glaube, ich habe jetzt vier Tage hintereinander oder so. Aber die waren relativ kurz. Also ich glaube, es dürfte jetzt nicht zu lange werden. Wir gucken mal. Und spielen erstmal das Englische. Wir nehmen mal was ganz was anderes. Wir nehmen mal, was ist noch so ein gutes Startwort? Wir nehmen mal Risen. Da haben wir E, I, N, S drin. Das ist doch ganz gut. Oh ja, S und E haben wir schon mal. Okay. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Space. Space können wir mal ausprobieren. Ja, why not? Uh, okay. Schon ganz schön bunt alles geworden hier. Okay. Also SPA kommt vor und das E ist tatsächlich da hinten. Das heißt, das SPA ist da vorne einfach nur in einer anderen Reihenfolge. Oh. Interessant. Äh... Okay. Vor ASPEG, also wenn ich da jetzt ASPEG stehen würde, dann könnte ich... Nee, das S darf ja nicht da sein, wo das A jetzt ist. Das ist schon mal interessant auch. Das S darf aber auch nicht am Anfang sein. Das S kann direkt vor dem E sein. Dann hätten wir so was wie, weiß ich nicht, PSE. Gibt es ein Wort, was auf PSE aufhört? Ah, weiß ich nicht. Ähm... Aber wenn wir jetzt... Also, gehen wir jetzt mal... Machen wir mal ASPEG. ASPEG, jetzt ein Buchstabe und dann das E. Wüsste ich jetzt nicht. Würde ich jetzt gerade... Wäre ich gerade ziemlich verwirrt. Ähm... SP fängt es ja aber nicht an. Natürlich könnte es jetzt sein, dass gerade der Buchstabe, der der erste ist, noch nicht aufgedeckt ist. Wäre möglich. Aber dann müsste ich das SP A irgendwie in die Mitte bekommen. Hm. Das ist interessant. Wir haben jetzt so viel und ich habe trotzdem noch nicht so wirklich die Ahnung. Also, was könnte vor dem E sein? Das S könnte vor dem E sein. Dass es mit C aufhört. Irgendwie PAS... Ne, PASG, das darfst du ja nicht. Also, wenn das S vor dem E wäre, müsste... Dann hätten wir entweder APSE oder das A oder das P ist halt vorne. Ha. Das ist schon interessant. Geh mal das P vorne hin. So. Aber so geht es schon mal nicht, weil PAS ist schon mal nicht richtig. Dann wäre PSAR... PSAR weiß ich nicht. Fühle ich jetzt nicht so. Aber wenn es das nicht ist, dann müsste jetzt ja das A... Stimmt, PSAR geht ja gar nicht. Da ist ja das A drin. PAS geht aber auch nicht, weil dann ist das S in der Mitte. Also, das ist beides eigentlich nicht möglich. Und mit... Oh. Und weil beides nicht möglich ist, weil weder PSAR ist möglich, noch PAS ist möglich, würde das ja eigentlich bedeuten, dass das S und A auf den anderen beiden Plätzen ist. Aber da kann es ja auch nicht sein, dass das S und A auf den anderen beiden Plätzen ist. Äh, sag mal, bin ich denn blöde? Oh, PASTE! Ne, geht ja nicht, weil das S in der Mitte ist. Schade. Also, dann sagen wir mal, das A ist am Anfang. Dann muss hier aber das S... Ne, muss nicht, muss nicht. Hier könnte auch jetzt ein Buchstabe aus sein und dann hätten wir SPE. Was könnte denn mit SPE? Was könnte denn dazwischen sein, dass das mit SPE aufhört? Alspe kenne ich nicht. Abspe, 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 Azpe... Äh, ne... Axpe... Ne, also... Mit SPE aufhören ist komisch. Wenn es mit SPE aufhören würde, wäre es echt komisch. Jetzt gehen wir mal davon aus, das S ist hier. Und dann ist irgendwas jetzt zwischen den nächsten beiden Buchstaben. Und dann kommt das P und das E. Dann hätten wir AS... ASOPE... Gibt es ASOPE? Ist ASOPE ein Wort? Also, es klingt englisch, aber ich würde es jetzt nicht kennen, sollte es dieses Wort geben. Das Wort gibt es aber auch nicht. Ähm, was könntest du noch? Ähm... Gibt es ASOPE? Aber auch das würde ich nicht kennen. Also, es kann halt sein, dass es ein Wort ist, was ich nicht kenne. Das ist immer natürlich möglich. Oder ASOPE? Ne, ah, darf ja nicht in der Mitte sein. Da war meint. Ne, also, das gibt es noch nicht. ASOPE kann aber auch nicht am Anfang sein. Sag mal, wir haben vier Buchstaben. Wir haben vier Buchstaben. Einer davon ist sogar richtig und ich finde kein Wort. Ist es jetzt wieder ein Wort, was ich nicht kenne? Oder bin ich einfach nur lost? Also, wie kann ich dieses SP und A denn anordnen? Das S kann nur an der zweiten oder vierten Stelle sein. Also, angenommen ist es an der vierten Stelle, dann hätten wir SE. So, wenn wir SE hinten haben, dann bedeutet das im Endeffekt, dass das... Es könnte mit PSE aufhören. Dann müsste... Ja, dann kann es A eins vorn oder eins hinten sein. Laps! Oh, schade. Aber das wäre ein Wort gewesen. Okay. Ja, jetzt haben wir das A, das S und das E fest. Dann ist das P auf jeden Fall vorne. So. P, A, irgendwas, SE. Äh. Äh. Paz, 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 Pau. Oh mein Gott, Pause. Pause. Oh, das ist ja... Mensch, vielleicht kenne ich das Wort ja nicht. Äh. Oh mein Gott, ja. Ey. Was für Wörter, ne? Was ist da alles so... Also, Wahnsinn. Gut, wir machen ja auch mal ein neues. Ah, nee, das ist 2E. Das ist ein dummes Startwort. Laute. Das hat schön viele Vokale drin. Das nehmen wir mal. Okay. L, A, E haben wir damit schon drin. All... Alles. Alles. Okay. Okay. Ein L ist fest. In der Mitte. Das A ist W da vorne. Das A darf gar nicht vorne sein. Das A muss hinten sein. Und das E muss vorne sein. Das ist auch interessant. Dann starten wir nochmal mit E. E... Komisch, klingt komisch. Nee. Nach dem L, ein A. Kommt es direkt danach oder kommt es zum Schluss? Pell. 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 Nee. Klingt komisch. Pfeff... Ä... Äh... Uh... Hm... 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 Geht irgendwas la... foolish... Boah... Ist gar nicht so leicht, ne? Jetzt starten wir mal mit dem E So E, dann kommt irgendein Buchstabe, dann kommt ein L Was könnte das hin? E-R-L zum Beispiel Aber jetzt müsste irgendwie das A da halt noch rein Weiß ich nicht R-L-A, R-L-A R-L-A R-Lag Man erlag seinen Wunden Das Wort gibt es zumindest Okay, okay, lag, es hört mit lag auf, also lag Und dann ist es E Okay, es ist E-Lag B-Lag, ja, moin, B-Lag, der B-Lag Zack Okay Alles klar, dann haben wir das Dann haben wir das auch noch fix angehängt An die anderen Videos Okay, dann sind es jetzt vielleicht 50 Minuten insgesamt Oder so, ich habe keine Ahnung Danke fürs Zuschauen dann an der Stelle nochmal Und Tschüss